Ich schwöre dir, wenn du den siehst, der sieht so aus, wie so ein bisschen, wenn ich den einmal zeichnen würde, der würde... Der ist nicht ohne. Damit rechnest du nicht. Damit rechnet niemand. Ich steh mir jetzt noch die Schnaufen bevor, dass die ganze Zeit so in einem Luch durch die Nase kompensiert wird. Ey, der hat den Kopf wie so eine Bowlingkugel. Das war eine Wand. Eine Wand?